BioNTech drängt Twitter zur Zensur der Tweets der Nutzer, die nach kostengünstigen Covid-19-Generika-Impfstoffen fragen. Die Bundesregierung spricht sich währenddessen gegen die C19-Impfstoff-Patentfreigaben aus durch erfolgreiche Pharma-Lobbyarbeit. The Twitter Files 15. BioNTech drängt Twitter zur Zensur. Augen auf Medienanalyse Die Übersetzung des Twitter-Threads von Li Fang vom 16. Januar 2023 1. Neuer Beitrag aus den Twitter-Files, wie die Pharma-Industrie Lobbyarbeit in den sozialen Medien betreibt, um Inhalte zur Impfstoffpolitik zu beeinflussen. Der Vorstoß beinhaltete direkt den Druck von Pfizers Partner BioNTech, um Aktivisten zu zensieren, die kostengünstige generische Impfstoffe für einkommensschwache Länder fordern. 2. Im Jahr 2020 war klar, dass die Pandemie schnelle Innovationen erfordern würde. Schon früh gab es einen Vorstoß für eine gerechte Lösung, eine internationale Partnerschaft zum Austausch von Ideen, Technologien und neuen Formen der Medizin, um diese Krise schnell zu lösen. 3. Doch die globalen Pharma-Riesen sahen in der Krise eine Chance für noch nie dagewesene Profite. Hinter verschlossenen Türen starteten die Pharmakonzerne eine massive Lobbyarbeit, um alle Bemühungen um eine gemeinsame Nutzung von Patenten und IP für neue, mit Covid zusammenhängende Medikamente, einschließlich Therapeutika und Impfstoffe zu unterdrücken. 4. BIO, die Lobbygruppe, die Bio-Pharma-Unternehmen wie Moderna und Pfizer vertritt, fordert in einem Schreiben an den neu gewählten Biden die US-Regierung auf, jedes Land zu sanktionieren. Das versucht, Patentrechte zu verletzen und kostengünstige Generika für Covid-Präparate oder Impfstoffe herzustellen. 5. Das bringt uns zu Twitter. Die globale Lobbyarbeit macht auch über die sozialen Medien direkten Druck. BioNTech, das den Impfstoff von Pfizer entwickelt hat, wandte sich an Twitter und forderte, dass Twitter die Tweets der Nutzer zensiert, die nach kostengünstigen Generika-Impfstoffen fragen. Zitat einer E-Mail von Jasmina Alatovic, BioNTech, an Twitter vom Samstag, den 12. Dezember 2020. Liebe Frau Morschhäuser, das BSI hat am Freitagabend, 11.12.2020, einen Hinweis über eine Online-Kampagne gegen Impfstoffhersteller erhalten. Für Montag, den 14.12. rufen Aktivisten im Namen einer gerechten Covid-19-Impfstoffverteilung zu Online-Kampagnen auf. Im Rahmen der Online-Kampagnen wird etwa dazu aufgerufen, BioNTech und unsere Geschäftsführer über soziale Medien zu kontaktieren. Könnten Sie uns helfen, unseren BioNTech-Twitter-Account am Sonntag für zwei Tage zu verstecken, sodass Kommentare etc. nicht mehr möglich sind? Viele Grüße, Jasmina Alatovic, Director External Communications. 6. Die Vertreter von Twitter reagierten schnell auf die Bitte der Pharmaindustrie, die auch von der deutschen Regierung unterstützt wurde. Ein Lobbyist in Europa bat das Inhaltsmoderationsteam, die Konten von Pfizer, AstraZeneca und von Aktivisten mit Hashtags wie People's Vaccine zu überwachen. Zitat der E-Mail von Nina Morschhäuser vom 13. Dezember 2020 an die Abteilung GetSupport, Site Integrity und IP Crew. Betreff bitte um Unterstützung. Kampagne gegen BioNTech, Pfizer, AstraZeneca für den 14. Dezember angekündigt. Hallo, TWS und SI und LP. Nick und Katie als relevant für ihre Märkte. Wir wurden von BioNTech und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kontaktiert. Für morgen ist eine Online-Kampagne angekündigt, die sich gegen die Pharmaunternehmen richtet, die den Covid-19-Impfstoff entwickeln. Montag, 14. Dezember um 9 Uhr mitteleuropäische Zeit. Zu den erwarteten Hashtags gehören JoinCTEP und People's Vaccine. Könnten Sie uns unterstützen und ein Auge auf die entsprechenden Hashtags und die folgenden Accounts haben? BioNTech Group, Pfizer, Pfizer.de, Moderna, TX, AstraZeneca. Die Behörden warnen vor schwerwiegenden Folgen der Aktion. Das heißt, es ist mit Beiträgen und einer Flut von Kommentaren zu rechnen. Zitat die gegen die TOS Nutzerregeln verstoßen. Sowie mit der Zitat Übernahme von Nutzerkonten. Vor allem die persönlichen Konten des Managements der Impfstoffhersteller sollen ins Visier genommen werden. Dementsprechend könnten auch Fake-Accounts eingerichtet werden. Die deutschen Behörden verweisen unter anderem auch auf die Quelle. Es handelt sich um eine zulässige Kampagne, bei der Nutzer einen automatisch generierten Tweet senden können. Gefolgt von einem Link auf Global Justice Org UK auf die Join People's Vaccine Day Action Seite. Bitte lass es uns wissen, wenn du noch Fragen hast. Vielen Dank, Nina. 7. Die potenziellen Fake-Accounts, die Twitter wegen des Protests gegen Pfizer überwachte, das waren echte Menschen. Hier ist einer, den das Twitter-Team wegen möglicher Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen markiert hat. Ich habe mit Terry, einem 74-jährigen pensioniert Maurer aus Großbritannien, telefoniert. Zitat des Tweets von Terry Braw vom 14. Dezember 2020. Liebe Alberta Burla, S. Benzel und Pascal Sorioth. Neun von zehn Menschen in armen Ländern werden nächstes Jahr einen Covid-19-Impfstoff verpassen. Werden Pfizer, BioNTech Group, Moderna TX und AstraZeneca, Joint CTAP sicherstellen, dass jeder überall sicher sein kann. Wir brauchen einen People's Vaccine. 8. Es ist nicht klar, welche Maßnahmen Twitter auf diese Anfrage hin ergriffen hat. Mehrere Twitter-Mitarbeiter stellten in späteren Nachrichten fest, dass dieser Aktivismus keinen Missbrauch darstellte. Aber das Unternehmen überwachte weiterhin Tweets. 9. In einem weiteren Vorstoß bezahlte die Lobbygruppe von Pfizer und Moderna, Bio, eine spezielle Kampagne zur Moderation von Inhalten, die von einem Auftragnehmer namens Public Good Projects entwickelt wurde, der mit Twitter zusammenarbeitete, um Regeln für die Moderation von Inhalten rund um das Thema Covid-Fehlinformationen aufzustellen. 10. Bio stellte 1.275.000 Dollar für die Kampagne zur Verfügung, von denen ein Teil durch Steuerformulare offengelegt wurde. Die PGP-Kampagne mit dem Namen Stronger half Twitter bei der Erstellung von Content-Moderations-Bots, entschied, welche Public-Health-Accounts eine Verifizierung erhielten und half bei der Crowdsourcing von Content-Takedowns. Inhaltslöschung Zitat aus Teilen der Stronger Webseite 11. Viele der Tweets, auf die sich die von Bio finanzierte Kampagne konzentrierte, waren echte Fehlinformationen, wie zum Beispiel die Behauptung, dass Impfstoffe Mikrochips enthalten. Aber andere, bei denen Stronger Twitter beeinflusste, waren eher in einer Grauzone angesiedelt, wie zum Beispiel Impfpässe und Impfvorschriften, Maßnahmen, die zum Impfen zwingen. Zitat eines Stronger Beitrags vom 13. September 2021. Was du über die Impfpflicht wissen solltest, die neue Covid-19-Strategie von Präsident Biden wird zwei Drittel der US-Beschäftigten betreffen. Präsident Biden stellte letzte Woche eine Sechs-Punkte-Strategie vor, um Covid-19 zu bekämpfen und der Pandemie Einhalt zu gebieten. Der Plan, der sich auf zwei Drittel der US-Beschäftigten auswirken wird, ist das bisher umfassendste Impfmandat des Landes. Zitat eines Tweets von Stephanie Zeneff 12. Im Rahmen der von Moderna und Pfizer finanzierten Kampagne erhielt Twitter direkt regelmäßige E-Mails mit Listen von Tweets zum Löschen und andere zur Prüfung. Hier ist ein Beispiel für jene Art E-Mails, die direkt an die Lobbyisten und Inhaltsmoderatoren von Twitter gingen. Viele konzentrierten sich auf Zero-Hedge, das gesperrt wurde. Zitat einer solchen E-Mail vom 24. Februar 2022, unter anderem an Todd O'Boyle. Mit dem Betreff PGP-Falsch-Info, Bericht und Überprüfungsanfrage. Im Anhang findet ihr den Falsch-Informationsbericht für diese Woche und unseren Antrag auf Stapelprüfung. Diese Woche haben wir gesehen, Impfgegner machen sich den New York Times-Artikel über die Zurückhaltung von Impfstoffinformationen durch die CDC zunutze. Die Artikel enthalten selbst keine Fehlinformationen, aber sie nutzen die Nachricht, um zu beweisen, dass die CDC nicht vertrauenswürdig ist. In einem anderen Artikel, der stark im Trend liegt, berichtet ein Beamter einer Deutschen Krankenkasse, dass seine Berichte über Arztbesuche aufgrund von Nebenwirkungen von Impfstoffen nicht mit den offiziellen Berichten über unerwünschte Ereignisse übereinstimmen und dass die offiziellen Berichte möglicherweise stark untertrieben sind. Dieser Artikel ist schwer zu überprüfen, weil er darauf hinweist, dass diese Daten alle Nebenwirkungen umfassen, nicht nur schwere Nebenwirkungen. Bitte lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Vielen Dank, besten Gruß! 13. Bemerkenswert ist, dass dieser massive Vorstoß zur Zensur und Kennzeichnung von Covid-Fehlinformationen nie für Pharmaunternehmen galt, als die Pharmakonzerne die Risiken der Entwicklung kostengünstiger generischer Covid-Impfstoffe maßlos übertrieben, unternahm Stronger nichts. Die Regeln galten nur für Kritik an der Industrie. Zitat eines Tweets der Pharma-Lobby Der Biopharma-Sektor beschäftigt mehr als 900.000 Arbeitnehmer und unterstützt 4,4 Millionen Arbeitsplätze in den USA. Diese Arbeitsplätze wären gefährdet, wenn die TRIPS-Befreiung auf Covid-19-Behandlungen ausgeweitet wird. Lesen Sie mehr über die tatsächlichen Folgen des Verzichts auf Verpflichtungen zum Schutz des geistigen Eigentums. Verlinkt auf einen Artikel bei katalystphrma.org 14. Hier ist mein detaillierter Bericht Weiter geht's in dem detaillierteren Bericht von Lifang. Veröffentlicht bei The Intercept Covid-19-Pharmahersteller drängten Twitter, Aktivisten für generischen Impfstoff zu zensieren. Teile des Artikels von Lifang vom 16. Januar 2023. Twitter und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, das laut Morschhäuser Twitter im Namen von BioNTech kontaktiert hat, reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme. BioNTechs Alatovic betonte auf Anfrage, dass das Unternehmen, Zitat, seine gesellschaftliche Verantwortung ernst nimmt und in Lösungen investiert, um die Gesundheit der Menschen unabhängig von ihrem Einkommen zu verbessern. Im November hat das Bureau of Investigative Journalism einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass Pharmakonzerne große Anstrengungen unternommen haben, um die Bemühungen um die gemeinsame Nutzung von Patenten und geistigen Eigentum im Zusammenhang mit der Pandemie zu unterdrücken, einschließlich Drohungen an die Führung von Belgien, Kolumbien und Indonesien. The Intercept hat auch detailliert die inländische Lobbyarbeit zur Blockierung der Unterstützung für eine spezielle Ausnahmeregelung der Welthandelsorganisation, die für die schnelle Herstellung von Pandemie-Generika notwendig ist. Deutsche Medien haben ebenfalls über die aggressiven Bemühungen von BioNTech berichtet, die deutsche Regierung bei der Ablehnung der Ausnahmeregelung der WTO zu unterstützen. Zitat des Screenshots von Abgeordnetenwatch.de vom 2.09.2022. Corona, Impfpatente, wie die Pharma-Lobby die Bundesregierung auf Linie brachte. Fast zwei Jahre lang wurde über die Patente der Corona-Impfstoffe gestritten. Regierungsmitglieder änderten in dieser Zeit ihre Position. Recherchen von Abgeordnetenwatch.de zeigen nun, wie die Pharma-Lobby versuchte, die große Koalition von einer Freigabe der Patente abzubringen. Dafür wurde auch der BioNTech-Chef aktiv. Mit Erfolg. Zitat Ende. Im Mai 2021 änderte die Biden-Regierung ihre frühere Position, die der Position der Trump-Regierung glich und äußerte sich zur Unterstützung des WTO-Wavers, was die USA zu einem der größten wohlhabenden Länder machte, die die Idee unterstützten. Unterstützt von einer Koalition unter Führung von Indien und Südafrika. Doch interne Streitigkeiten in der internationalen Handelsorganisation und der hartnäckige Widerstand anderer wohlhabender Länder verhinderten einen effektiven Fortschritt in dieser Frage. Der weitgehend erfolgreiche Angriff auf die Herstellung von Generika-Impfstoffen führte zu einer noch nie dagewesenen Gewinnexplosion für einige wenige biopharmazeutische Arzneimittelinteressen. Pfizer und BioNTech erwirtschafteten mit ihrem gemeinsamen mRNA-Impfstoff allein im Jahr 2021 die unglaubliche Summe von 37 Milliarden Dollar und machten ihn damit zu einem der lukrativsten Arzneimittel aller Zeiten. Moderna, das 2021 mit dem Verkauf von Impfstoffen 17,7 Milliarden Dollar einnahm, hat kürzlich angekündigt, dass es den Preis für seine Covid-Spritze um rund 400 Prozent erhöhen will. Die hohen Kosten für Impfstoffe und der konzentrierte Besitz führten dazu, dass die Vorräte im Jahr 2021 in der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und anderen wohlhabenden Ländern gehortet wurden, während ein Großteil der Entwicklungsländer gezwungen war, im folgenden Jahr auf überschüssige Impfstoffe zu warten. Zitat, seit mehr als zwei Jahren wendet sich eine weltweite Bewegung gegen die Gier der Pharmaindustrie und fordert, dass alle Menschen überall die Möglichkeit haben, Pandemien zu bekämpfen. Zitat Ende, sagt Masa Seyum, Aktivistin der People's Vaccine Alliance. Zitat, der Versuch während einer Pandemie den digitalen Dissens zu unterdrücken, wenn Tweets und E-Mails die einzigen Formen, des Protest sind, die denjenigen zur Verfügung stehen, die in ihren Häusern eingesperrt sind, ist zutiefst unheilvoll, sagte er. Die Anfrage von Biontech war nicht der einzige Kanal, über den die Impfstoffhersteller versuchten, die Maßnahmen zur Inhaltsmoderation bei Twitter zu beeinflussen. Stronger, eine Kampagne von Public Good Projects, einer gemeinnützigen Organisation für öffentliche Gesundheit, die sich auf groß angelegte Medienüberwachungsprogramme spezialisiert hat, kommunizierte regelmäßig mit Twitter über die Regulierung von Inhalten im Zusammenhang mit der Pandemie. Das Unternehmen arbeitete eng mit dem Social-Media-Riesen aus San Francisco zusammen, um bei der Entwicklung von Bots zur Zensur von Fehlinformationen über Impfstoffe zu helfen und schickte manchmal direkte Anfragen an Twitter mit Listen von Konten, die zensiert oder verifiziert werden sollten. Interne Twitter-E-Mails zeigen den regelmäßigen Schriftverkehr zwischen einem Account-Manager von Public Good Projects und verschiedenen Twitter-Angestellten, darunter Toto Boyle, Lobbyist des Unternehmens, der als Ansprechpartner für die Biden-Regierung fungierte. Die Aufforderungen zur Inhaltsmoderation wurden im Jahr 2021 und Anfang 2022 verschickt. Die gesamte Kampagne wurde, wie neu verfügbare Steuerdokumente und andere Offenlegungen zeigen, vollständig von der Biotechnology Innovation Organisation, einer Lobbygruppe der Impfstoffindustrie, finanziert. BIO, die von Unternehmen wie Moderna und Pfizer finanziert wird, stellte Stronger 1.275.000 Dollar zur Verfügung. Dazu gehörten auch Tools, mit denen die Öffentlichkeit Inhalte auf Twitter, Instagram und Facebook zur Moderation markieren konnte. Viele der von Stronger markierten Tweets enthielten absolute Unwahrheiten. Andere wiederum betrafen eine Grauzone in der Impfpolitik, in der es eine vernünftige Debatte gibt, wie zum Beispiel die Aufforderung, Inhalte zu kennzeichnen oder zu löschen, die Impfpässe oder staatliche Impfverpflichtungen kritisieren. Gesundheitsexperten und Bürgerrechtler diskutieren heftig über die Verfassungsmäßigkeit solcher Pässe. Eine Idee, die schließlich von den US-Politikern verworfen wurde. Joe Smizer, der Geschäftsführer von Public Good Projects, der für die Stronger-Kampagne verantwortlich ist, sagte, dass die Arbeit seiner Organisation ein gut gemeinter Versuch war, Desinformation zu bekämpfen. Zitat BIO hat Geld gespendet und gesagt, wenn ihr vorhabt, eine Anti-Impf-Kampagne zu starten, geben wir euch 500.000 Dollar pro Jahr, ohne Fragen zu stellen, so Smizer. Viele Pharma-Lobby-Gruppen stellten übertriebene Behauptungen über die Gefahr der Weitergabe von Impfstofftechnologie auf. PH-RMA, einer weiteren Pharma-Lobby-Gruppe, behaupteten fälschlicherweise auf Twitter, dass jeder Versuch, die Entwicklung eines generischen Covid-Impfstoffs zuzulassen, dazu führen würde, dass alle 4,4 Millionen Arbeitsplätze in der gesamten amerikanischen Pharmaindustrie gefährdet wären. Ich fragte Smizer, ob seine Gruppe jemals Inhalte, die von der Pharma-Lobby verbreitet wurden, als Fehlinformationen gekennzeichnet hat. Smizer stimmte mir zu, dass politische Debatten wichtig sind und dass jeder Weltbürger, Zitat, sich dessen bewusst sein sollte, Zitat Ende, wenn Pharma-Unternehmen Fehlinformationen verbreiten, aber dass seine Organisation nie Inhalte der Pharmaindustrie gekennzeichnet hat oder sich darauf konzentriert. Zitat In einem E-Mail-Thread vom Dezember 2020, in dem es um die Überwachung von BioNTech und die Reaktion auf die Impfstoffkampagne ging, die möglicherweise gegen die Richtlinien des Social-Media-Unternehmens verstößt, bot Holger Kersting, ein Twittersprecher in Deutschland, mehrere Links zu Tweets an, die möglicherweise gegen die Richtlinien verstoßen. Zwei der Tweets stammen von einem Account, den Terry Braw besitzt, ein pensionierter Maurer in einer Kleinstadt außerhalb von Liverpool. In den Nachrichten wurden die Geschäftsführer von Pfizer, Moderna und AstraZeneca dazu aufgefordert, Impfstofftechnologie mit armen Ländern zu teilen. Braw, der um einen Kommentar gebeten wurde, reagierte überrascht, dass seine Nachrichten auf mögliche Fälschungen überprüft wurden. Zitat Ich bin 74 Jahre alt und lebe immer noch, sagte Braw lachend. Zitat Alle Twitterfalls folgen auf Deutsch und auch mehr, auch bei uns. Augen auf Medienanalyse, privates Engagement, total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es. Bis zum nächsten Mal.